Gibt es bald viel weniger Werbung auf YouTube? Und was würde das ganz konkret bedeuten? Wichtigste Nachricht zuerst, ich habe endlich einen Wasserkocher, mein neues Online-Marketing-Power-Tool bei mir im Keller. Kein ewiges Hochrennen zum Wasserhund mehr. Werbung auf sozialen Plattformen wie YouTube und Co. ist immer so eine Sache. Die einen finden es gut, weil sie damit Geld verdienen, die anderen, die User, finden es nervig, weil sie sich anschauen müssen und die Konkurrenz freut sich immer, wenn ein Format funktioniert oder nicht funktioniert. Ich arbeite in einer Online-Marketing-Agentur, e-Professional, und verdiene mein Geld also genau mit Werbung im Internet. Und so viel Spaß es mir macht, ist mir dennoch ganz klar, dass das, was ich mache, den User da draußen stört. Da müssen wir auch gar nicht drum herumreden. Werbung funktionierte seit jeher so, den User, den Zuschauer, den potenziellen Käufer, aus dem, was er eigentlich macht, kurz herauszureißen, um eine Botschaft zu platzieren oder zu einer Handlung aufzufordern. Da man selber auch User ist und sich so ein bisschen seiner Verantwortung auch bewusst sein sollte, finde ich sehr gut, dass sowas reglementiert wird. Diese Regeln kommen nur sehr bedingt von den Regierungen. Vielmehr kommen die Regeln aber von den großen Playern im Markt, die sich selber versuchen, übergreifende Regeln mitzugeben. Der wichtigste Player für diese Regeln ist die sogenannte Coalition for Better Ads. Also die Koalition für bessere Werbeanzeigen. Wenn du dich ganz genau fragst, was das ist, ich habe dazu schon ein Video gemacht, popliziere die Infokarte auf. So nervig Werbung auch ist, so viel hängt auch dahinter. Deswegen sollte es Werbung geben dürfen, aber deswegen, wenn man langfristig plant, darf sie den User auch nicht zu extrem attackieren. Und das Wort attackieren habe ich hier ganz bewusst gewählt. Diese Coalition hat jetzt auch in den Videomarkt stärker eingegriffen. Konkret geht es um Werbung auf kürzeren Videos. Und kürzere Videos sind laut Definition Videos, die kürzer als 8 Minuten lang sind. Ab dem 5. Juni 2020 gelten also neue, sich selbst verpflichtende Regeln für solche Arten von Videos. Es gibt für diese Videos zwei neue Vorschriften. Das eine ist, es darf keine Mid-Rolls mehr geben. Was sind jetzt Mid-Rolls? Mid-Rolls sind Videos, sind Werbevideos, die nicht vor einem Video laufen, sondern während eines Videos ausgespielt werden. Und das zweite Thema betrifft die Länge von Werbung auf diesen Videos allgemein. Hierzu müsst ihr wissen, dass es verschiedene Vorgaben für Videowerbung gibt. In den sozialen Netzwerken, YouTube, Facebook, Instagram und Co. ist es so, dass es per se keine maximale Länge für Videowerbung gibt. Ihr kennt bestimmt auch viel Werbung, die wirklich über Minuten geht, wo der User sehr lange schauen kann. Diese Art von Werbung wird es auf kürzeren Videos nun nicht mehr geben. Wo kommen jetzt diese 30 Sekunden her? Diese 30 Sekunden sind so ein Standard, den es in der Online-Videowelt gibt. Wenn ihr Videowerbung auf zum Beispiel Newsportalen seht, ist diese meistens 30 Sekunden lang und nicht länger. Daher haben sich die sogenannten Vermarkter, also die, die diese Werbung schalten, die Regel gesetzt, dass Werbung nicht länger als 30 Sekunden sein darf. Aus dem einfachen Grund, weil ein erzwungener Werbekontakt über 30 Sekunden dann wirklich schon sehr aggressiv war. Auf YouTube haben wir immerhin die Chance, Werbung die Länge ist, einfach wegzuskippen. Werden wir jetzt weniger Werbung auf YouTube sehen? Das kommt ein bisschen darauf an, wie wir das Ganze messen. Auf kurzen Videos wird die sogenannte Watch-Time, also wie lange in Sekunden gemessen Werbung auf den Videos läuft, definitiv sinken. Mal vorausgesetzt, dass ihr die Werbung immer bis zum Ende schaut. Denn kurze Videos unter 8 Minuten kriegen einfach diese langen Videos nicht mehr. Deswegen sind die Werbeplätze aber trotzdem noch vorhanden. Es sind nur kürzere Werbeanzeigen. YouTube hat im letzten Jahr angefangen, die Werbeplätze pro Video generell zu erhöhen. Heißt, ihr seht inzwischen zwei Werbeanzeigen vor eurem Video und zum Teil auch Anzeigen nach eurem Video. Darum gehe ich davon aus, dass die Werbung per se nicht weniger werden wird. Die YouTuber werden es gar nicht so stark merken. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass längere Videos ein bisschen teurer aus werbender Sicht im CPM sind. Also was kostet es mich, dass die Werbung tausendmal ausgespielt wird, als kürzere Videos. Somit würden pro Werbeanzeige wahrscheinlich die YouTuber ein bisschen weniger verdienen. Da YouTuber aber inzwischen häufiger Werbung schaltet, wird auch hier kein großer Effekt zu sehen sein. Der User kann sich zumindest freuen, dass es keine Midrolls mehr gibt. Also dass er im Videocontent bei kurzen Videos nicht mehr gestört wird. Das finde ich per se sehr positiv. Werbung wird er trotzdem sehen, vor und wahrscheinlich auch nach dem Video. Wenn ich jetzt aber YouTuber bin, der generell kurze Videos produziert, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Arten von YouTubern es merken werden. Daher sich die Zahl der Ads wahrscheinlich ein wenig reduziert. Sind meine Videos generell über 8 Minuten, bleibt alles wie vorher. Sind sie aber kürzer, habe ich weniger Werbeeinblendung innerhalb der Videos. Ich glaube, YouTube wird das kompensieren, dadurch, dass sie doppelte Werbung vor dem Video schalten. Und so viel Midrolls, also Werbung in den Videos, hat man in kurzeren Videos ja schon generell nicht mehr gehabt. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass hier ein kleiner Abfall in den Werbeeinahmen stehen wird. Gute Sache, langfristig macht es die Werbung ein bisschen weniger aggressiv. Die Advertiser, also die Werbenden, werden es weniger merken, dadurch, dass meistens sowieso generell kürzere Videos eingesetzt werden und auch Google diese Empfehlung gibt. Die YouTuber werden es zum Teil ein bisschen merken und die User werden es wahrscheinlich gar nicht bewusst merken, aber unterbewusst vielleicht doch ein bisschen wahrnehmen, dass sie weniger aus ihren Videos rausgerissen werden. Bei Fragen zu YouTube-Werbung, aus welcher Richtung auch immer, bist du hier genau richtig. Also Kommentar da lassen, abonnieren, mehr Videos anschauen. Hier ist auch mal das Video, in dem ich erkläre, was die Coolish for Better Ads ist. Ich bin Julian und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.